Die 300.000 Mann starke 7. Armee befindet sich auf dem Rückzug. Unser Missionsziel besteht darin, ihnen den Weg abzuschneiden. Wir müssen verhindern, dass sie den Rhein überqueren und auf der anderen Seite Verteidigungslinien errichten. Britische, kanadische und polnische Truppenverbände rücken von Norden her nach. US-Divisionen unter Führung der Ebel-Kompanie stoßen von Süden hervor. Da wir die Lufthoheit errungen haben, können wir die deutschen Konvois ganz nach Belieben unter Beschuss nehmen. Heute steht alles auf dem Spiel, was wir seit dem D-Day erreicht haben. Wenn wir unsere Aufgabe erfüllen, ist das Schicksal der deutschen Armee besiegelt. Dann kehrt in Europa endlich wieder Frieden ein. Europa! Hu, Europa! Ich muss unbedingt mein Bildschirm putzen. Das belastet mich seelisch nachts. Wache ich weinend auf und schlafe lachend ein. Wache ich weinend auf und schlafe lachend ein. Äh, da war kein Ton. Jawolleck. Sagen Sie uns Bescheid, wenn Sie uns brauchen. Alles klar, jetzt. Einheiten der 7. Armee ziehen sich entlang dieser Straßen zurück. Es ist ihre letzte Chance zur Flucht. Unsere Aufgabe besteht darin, dafür zu sorgen, dass Sie sie nicht nutzen können. Wenn wir ihnen den Weg abschneiden wollen, müssen wir unser Gebiet mit dem der Kanadier und der Polen im Norden verbinden. Während unseres Vormarsches müssen wir diese Brücken sichern. Dadurch verengen wir den Fluchtkorridor der Deutschen und verlangsamen ihren Rückzug. Also gut. Able Company, bringen wir es hinter uns. Okay, von mir aus kann es losgehen. Nee, habe ich auch hier. Kann ich Brücken sprengen? Einnehmen. Einnehmen. Wo ist es hier? Ja. 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 Die Fahrt. Die Fahrt. Das fallen verspen. Die Scheiß-Flammenwerfer-Ding! Boah! Hä? Wo ist denn mein Sherman? Hä? Ich hab doch einen gebaut! Haha, die Deutschen werden vielleicht ausmachen. Bestätige Ziel! Brücke vor! Hey! Zuhören! Na los Männer! Beeilt euch! Schützengruppe meldet Feindkontakt! Erwarten Befehle! Es geht jetzt los! Bestätige Ziel! Schützengruppe 1! Versammt nochmal! Bringen wir es hinter uns! Verdammt! Wir sind in Kampfer! Verdammt! Wir sind in Kampfer unter! Ganz sicher Einheit ausgeschaltet! Deutschen werden uns fürs Erste in Kampfer! Wir sind in Kampfer bereit! Vollmer in die Bewegung! Vereinfach nicht durch! Blei, du Fenner! Achtladungen! Auf die Räder! Wir werden beschossen! Greife als Ziel an! Na endlich! Wir haben schwerer Panzer gemacht! Feuer nach Eigenverlust! Unser Einheit zu melden Verlusten! Wieder fahren, ihr Panzer! Bereit für den Job! Feindliche Einheit ausgeschaltet! Oh Mann! Ganz schön dumm aus der Wäsche gucken! Es wird Zeit, dass wir den Deutschen eine Lektion erteilen! Wir brauchen hier eine Imkampferung! Sergeant! Sehen Sie zu, dass wir eine Ehe auf dieser Blechbüchse hier montiert wird! Wir sind sehr haftig, dass wir die Kampfer bewegen! Okay, ich brauche ein paar Einheiten! So kämpfende Dinger! Bewege ich in die Schusskonzeption! Wir bekommen einen Streifen dazu! In der Bewegung! Begebe mich in die Schusskonzeption! Luftangriff! In Deckung! Bewege ich in die Schusskonzeption! Martin, die ist kaputt! 4, 4, 5, 0 Fälle beschlossen 4, 4, 5, 0 Fälle mit dem Auto Die Deutschen rennen gegen unseren Fils von Galustik Axtacke! A5, 1, 2, 3 Das ist ein Gass Feindliche Einheit ausgeschaltet Feindliche Bunker zerstört Panzer der Eint Reiner Motor Schaden Unser Motor hat Schaden genommen Motor Schaden Motor Schaden Unser Motor hat Schaden genommen Nehmen Schaden Habe alles, nur kein Ziel Begebe mich jetzt hinein Die Augen in meiner Richtung Okay, dann lass uns mal gehen Die Deutschen Schaden Wir haben die Zielgruppe Pioniere, wir beginnen mit der Eroberung in Zielposition Bin mir nicht sicher, aber Ah, Mörser, alles klar Mörser 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 Feindliche Einheit ausgeschaltet Wir sehen Ihr Geschäft Mörser 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 ist auf uns abgesehen! Werde getroffen! Wo denn? Die Augen in meine Richtung! Wir sind bereit! Bewegung, Männer! Denkt an die Abstände! Schützengruppe, hört! Wir werden in Deutschland eine Lektion erteilen! Und abrücken! Feuer, Druck! Sie haben unsere Geschütze ausgeschüttet! Wolverine ist kampfhaftig! Nicht ausgefallen! Schirmen erwarten anständen! Erhaltet... Roger! Dankeschön! Einfachen! Verstanden doch mal! Bringen wir es hinter uns! Nehme Schirmen! Feuer, Druck! Aufheerhör! Was wollen wir mal? Schrei, Krim! 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 Boah! Oh! Das heißt! O honest! Wait! Krim! O sometimes! Ah! Na.. Ah! Ich bin sicher lime die Wolk. Mariner, Feindler, die Panzer haben uns eine Schutze genommen. Wir kommen da rein. Ein feindlicher Prummer versucht uns anzugreifen. Na dran. Viel Glück. Schneller Einsatz besteht, feindlicher Einheit ausgefaltet. Unser Nachschub ist da. Reparaturen im Feld sind nun nicht. Beginne mit Stoßtrupp-Operationen. Ihr Panzer, unser Einsatz passiert. In Ordnung, Männer. Es geht los, wie wir das einnehmen werden. Es wird Zeit, dass wir den Deutschen eine Lektion erteilen. Hä, was macht ihr denn da? Da. Komm schon, hol alles raus. Ja, ja, in Bewegung. Schützengruppe hat Ziel eingehört. Und wie wir das einnehmen werden. Ich hab noch nicht genügend Muni. Gut. Sagen Sie uns einfach nur, wo es lang geht. Feuere Waffen ab. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Feindliche Einheit ausgeschaltet. So, schicken wir gleich dann auf. So, da kommen schon Verstärkung. Kavallerie, da Kavallerie, da Kavallerie. Kavallerie. Okay. War jetzt weniger cool. Wo habe ich denn noch Einheiten? Da. Okay. 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 Aufhören. Arschloch. Ja, der kann jetzt da gar nichts tun. Gar nicht. So schlimm ist es jetzt auch nicht. Wunderschönen. Greife Feindprojekt. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Die Nachschubwege wurden unterbrochen. Ein Sektor ist vom Nachschub abgeschaltet. Hier spricht die Kavalerie. Los geht's! Die Wehra-Panzer meldet sich zum Dienst. Kavallerie bereit. Bring uns da rein. Ja, ja, ja. Kavallerie bereit. Die Fliesse-Panzer auf der Steirschab. Ausgeschaltet werden. Greife Feindprojekt. Die Fliesse-Panzer-Fahrzeug ist alles bereit. Schirmen erwartet Befehle. Gib mal ein bisschen Gas, Heidi. Wir werden beschockt! Munition überprüfen und Visier säubern. In Position. Panzerabwehreinheit ausgefallen. von der Heißstätigung. von Geschwütz. Feuer! Panzerweich in der Munition. Verstandliche Einheit ausgeschaltet. Mann, macht den doch kaputt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was passiert jetzt? Untertitelung des ZDF, 2020 Wer ist denn hier? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wo ist der Kalypso, da? Wir haben unsere Hase. Oh shit! Wir sind nicht erreicht! Wie lauten meine Koordinaten? Stehen unter Beschuss! Von wie aus können die die Polizei ausrechnen? Wir haben unsere Hase. Die deutschen Fahrzeugen ausgeschehen. Die deutschen Fahrzeugen ausgeschehen. Wir haben meine Koordinaten. Der Stützpunkt liegt unter Beschuss. Der Stützpunkt liegt unter Beschuss. Der Stützpunkt scheint mir längst überfällig zu sein. Wie wir schaffen? Wie wir schaffen? Wir haben gemerkt, sie uns heute Abend muss. Verstetigt. Kommen Sie auf der Kärle! Los rein da! Sie wird sich auch gesichert! Sag einmal! Wir haben die Hase ausgescheint. Die Befragung solltet ihr hier aufwärts sein. Der Feind drückt uns auf die Pelle. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Geht es eigentlich noch nerviger? Ja. Eines unserer Territorien geht verloren. Saga mal. Können die jetzt mal aufhören? Nerviger geht ja gar nicht. So, was jetzt? Ja, zwei, drei Tote. Plus ein paar hundert. Okay, Leute, los geht's. Vorwärts. Hey, Sir, was machen Sie denn da drüben? Hey, Sir, helfen Sie uns dabei, diesen französischen Wein zu retten. Schön, sich zu sehen, Sir. Hey, wie kann es sein, dass die feiern und wir diesen Job bekommen? Entspann dich, Taggart. Lass ihnen doch ihren Spaß. Sie haben es sich verdient. Und abgesehen davon, sieh nur, wie viele neue Freunde du hast. Du musst sie nur noch besser kennen. Hey, Terry, warum schickst du davon nicht auch was nach New York? Am 19. Sie haben eine Rolle gebracht. Interessant. Aber interessant. Sie greifen die Brücken an. Okay. Ähm. Ich kann nur Fortfahren drücken. Dann mach ich das. Glückwunsch. Während der Kampagnen-Version wird Ihnen die erfolgende Orden American Campaign Medal. Yay. Damit ist die erste Kampagne durch. Company of Heroes Team. Producer John Johnson. Das klingt fake. Ladies and Gentlemen, das war Company of Heroes 1, aber... Wer kommen sie alle mit da? Ja, das ist mir eigentlich egal. Ähm. 15 Missionen. Die normalen Missionen. Komme ich da... Weil es gibt hier noch eine Auswahl. Ich würde einfach nur gerne... Hier. Wie ihr sehen könnt. Das haben wir gerade gemacht. Invasion der Normandie. Das ist die Hauptkampagne. Ähm. Da sind wir durch. Aber ich habe ja natürlich Opposing Fronts und Tales of Whaler. Habe ich ja runtergeladen zusätzlich. Das heißt, das hier... Gibt es auch noch. Operation Market Garden. Wolfshetze. Sind wir jetzt in Holland. Beziehungsweise Niederlande-Holland. Ähm. Also es kommt noch was, Freunde. Hier Befreiung von kein... Die kenne ich jetzt aber alle selber nicht mehr. Diese Missionen. Ähm. Hauptmann Maximilien von... Ist mir alles neu. Ich bin gespannt. Kessel von Falais. Verstehe ich nicht. Habe ich doch gerade befreit. Egal. Also ihr werdet sehen. Es geht auf jeden Fall noch weiter. Und ich bin auch schon sehr gespannt. Die Hauptmissionen vom Normal ohne DLC haben wir schon geschafft. Damit sage ich bis zum nächsten Mal meine Lieben. Und bleibt mir erhalten. Subscriben. Ist wichtig, damit ihr nichts verpasst. Denn es wird auf jeden Fall weitergehen.